gaspreis umlage ist beschlossen finanzielle und soziale katastrophe für millionen arme menschen und rentner mit ansage mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de robert habeck wirtschaftsminister hat das grüne signal für die paragrafen 24 und 26 energiesicherungsgesetz gegeben dort ist eine verordnungsermächtigung drin nun ist genau diese verordnung über eine zeitlich befristete gasumlage für eine sichere wärmeversorgung im herbst und winter in kraft getreten genau so heißt die verordnung diese verordnung regelt die umlage die millionen menschen als gaskunden als ausgleich für erhöhte beschaffungskosten der gas importeure zahlen müssen nicht können müsse die höhe der genauen umlage wird am 15 august 2022 bekannt gegeben die umlage soll zum ersten oktober 22 kommen aber nicht sofort sondern zeitlich versetzt da es ankündigungsfristen gibt dürfte es vier bis sechs wochen dauern je nachdem nach dem ersten oktober bis die umlage dann erstmals auf den ersten gasrechnungen erscheint für eine 80 quadratmeter wohnung veranschlagt eon bei circa 11.200 kilowatt gasverbrauch im jahr bei 5 cent gasumlage also die höchste umlage mehr kosten im jahr von 560 euro bei einer vierköpfigen familie mit 20.000 kilowattstunden gasverbrauch im jahr sind es sogar 1000 euro zuzüglich mehrwertsteuer kosten die millionen menschen in deutschland von armut betroffene rentner und hilfebedürftige einfach gar nicht zahlen können von was sollen die das zahlen ist ja die ganz große preisfrage mit der umlage sollen die importeure die gas importeure entlastet werden so das ministerium das ministerium will aber auch verbraucher entlasten und das wohngeld reformieren und bürgergeld einführen das sind ja diese ganzen ansagen die wir jetzt schon seit tagen hören weiterhin sollen kündigungsschutzregelungen für mietwohnungen und gasverträge geprüft werden her habe mit dem gleichen atemberaubenden tempo mit dem sie die gaspreis umlage jetzt durchgesetzt haben müssen sie auch dafür sorgen dass millionen menschen in deutschland rentner studenten hilfebedürftige entlastet werden das wohngeld muss reformiert werden es muss end es müssen diese heizkosten zuschüsse her und es muss es müssen monatliche entlastungsbeträge auf die konten der leute gezahlt werden wenn wir schon die gas importeure unterstützen dann erwartet die bevölkerung auch von ihnen solidarität das heißt also sie die bundesregierung haben eine verantwortung gegenüber wohl und wehe unserer bevölkerung und auch eine verantwortung gegenüber denjenigen die diese situation nicht verschuldet haben das heißt also hier müssen sie handeln spätestens im oktober müssen die versprochenen entlastungen kommen ansonsten ist der frieden in deutschland in gefahr ist eine ganz große gefahr die hier droht in deutschland hoffen wir das beste für alle menschen in deutschland näheres zu diesem thema finden sie auf www.rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater www.rentenbescheid24.de www.rentenbescheid24.de